BR 2018 . . . . . . . . Jumper! 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 Wo schlägst du? Seht doch! Ich... Ich glaube, wir sollten lieber woanders nach Jumper suchen. Was denn? Ihr wollt schon gehen? Jetzt wird erst mal gebadet. Ich nicht badet. Ich grade gestern erst badet. Passt lieber auf, ihr stinkenden alten Eierdiebe. Zufälligerweise sind wir mit einem sehr gefährlichen Scharfzahn befreundet. Scharfzähne haben keine Freunde. Haben sie doch! Wenn der Scharfzahn euer Freund ist, dann beweist es. Aber Ossi, sie haben doch seinen Schatten gesehen. Also mir genügt das. Ihr seid ja vielleicht dumm. Der gruselige Schatten war nämlich gar kein großer Scharfzahn. Das war doch nur ein Baby. Zera? Ich meine... Ups. Eure Zeit ist abgelaufen, ihr Zwerge! Eure Zeit ist abgelaufen, ihr Zwerge! Tromper! Tromper, wo bist du? Schnell weg! Beeilt euch! Ah! Komm, Freunde, wir müssen hier lang. Jetzt hab ich die Nase voll von euch Blattfressern. Oh! Jumper! Ja! Oh, Jumperchen! Ich bin froh, dass du wieder da bist. Jetzt spielen wir nach meinen Spielregeln. Ich hasse es, klein zu sein. Keine Sorge, du bist schneller erwachsen, als es dir lieb ist. Schnell, hier über den Baum! Ich hab solche Angst. Ja, du schaffst es! Ja, du schaffst es! Ja, du schaffst es! Ich bin der Erste! Ich bin immer der Erste! Oh, wie verdammt! Oh! Oh! Wenn das ein Spiel war, dann möchte ich es nie wieder spielen. Oh! Hast auch nicht schönes Spiel? Schnell, lauft! Scharfzähne in unserem Tal? Wir müssen die anderen warnen. Ja. Ja. Ja! 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 Ja, ja! BILD CHIMP gou help! BILD BILD CHIMP Sehr gefährlich hier draußen. Ich dachte, Schafzene könnte nicht in unser Tal rein. Wie sind sie reingekommen? Ich glaube, das ist unsere Schuld. Was haben wir damit zu schaffen? Wir haben mit der Steinlawine ein Loch gerissen. Oh, stimmt. Großvater! Ich muss Großvater helfen! Er ist ein Erwachsener. Er wird mit dem alten Schafzene fertig. Nein, er braucht mich. Jumper, bleib hier! ARD Text im Auftrag von Funk Wie war so? Keine Ahnung Wie? Untertitelung. BR 2018 Wir ziehen noch mal Zeichen. Jetzt! Lidlfoot, hier rein! Schnell! Ducky, du gut gewerft. Danke, Petri. Das ist für dich, du mieser, alter Schafzahn. Ich komme, Freunde. Und! Spike! Jetzt, Spike! Los! Wir haben es geschafft, Spike. Wir haben diesen miesen alten Schafzahn erledigt. Da ist ja noch einer! Spike! Hoch mit dir, Spike! Schnell, steh auf! Ducky! Das ist mein Bruder gefälligst in Ruhe! Das war eins unserer Kinder. Ducky! Da lang, schnell! Ich komme, Ducky! Alter, mieser Schafzahn! Ducky! Tumpel! Hähä! 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 Pfoten weg von meinen Kindern. Weg, Petri. Wie mutig die Erwachsenen sind. Zeig's ihnen, Papa. Ja! 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 Ja!